Wo sind sie? Da ist Rita. Oh, das Haus von Dings. Okay. Oh, das Haus von Dings. Kannst du plötzlich wieder weglaufen? Ja, eigentlich, das verstehe ich nicht. Erst mal schlagen, das war klar. Hast du gut gemacht, das Zelt. Das wird Teamarbeit. Gerade herkommst du. Einfach hinten rum und danach durch das Fenster am 2. Stock geklettert. Sie sind die Zaken zu nehmen, Rita. Schieben sie sich jetzt gerade beide die Lorbeeren hin und her? Ach, Leute. Dass ich von deinem... Jetzt auch irgendwie so gerührt war. Wer ich? Nein, ich habe es nur aus Jux und Tollerei gemacht. Na klar. Hast du schon getreten, du brauchst dich nicht zu verstehen. Bist ein guter Mensch, genau. Ja, dein guter Mensch ist... Ach, Herr Jemini, ja, das stimmt. Ja, wieder vereint. Okay, das hat jetzt was gebracht. Gar nichts. Naja, geil. So, jetzt haben wir wieder die magischen Augen. Das heißt, wir können jetzt... ...weitermachen. Gussios, die in Kalvokram, war es für die Eierl? Ja. Sie haben sich in der Kugel-Kirche von der Kugel-Kirche gebetet. Was heißt das, dass wenn Jüdy die Vögel mit dem Vögel zu verabschieden, dass sie für Gussios gebetet haben? Das ist einfach. Was ist das, dass sie die Kugel-Kirche gebetet haben, die Held der Kugel-Kirche gebetet hat. Aber ich konnte nicht mehr für mich, dass sie nicht mehr für mich gebetet haben. Ich weiß nicht, dass du nicht mehr so gut anst, was du sagen. Du hast noch nicht gesagt, dass du nicht mehr so gut anst. Ich würde nicht so gut anst, dass du nicht in die Kraft zu tun. Ich würde mich nicht richtig anst, um den Schleuch zu schützen, und dann würde ich mich nicht anst, was du zu tun. Ja, genau. Ja, ich würde mich nicht anst, dass du nicht mehr so gut anst, was du nicht anst. So, Kata. Gut, dann können wir jetzt hier weiterlaufen. Und hier einfach mal... Na komm, lauf rum, ne? Ja, den werde ich nicht treffen, da muss ich wohl leider gegen kämpfen. Oh, da hat er zwei Viecher, die ich noch nicht kenne. Großer Kampfhallen. 19.000. Was ist das? So-Ryu-Ringga-Zang! 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 Äh... Roctus. Schön hässlich, das Vieh. So... So... ...Sockdown... ...Extre als nächstes weg. So, und jetzt haben wir noch das Steinchen. ...Extre als nächstes weg! So... ...Extre als nächstes weg! So... ...Extre als nächstes weg! So... ...Extre als nächstes weg! Äh... Da ist nur ne Truhe! Guck ich mal! Guck ich mal! Okay, sehr gut! Sehr schön! So... ...Extre als nächstes weg! So... ...Extre als nächstes weg! Ja, ja! Hör auf zu rollen! Hör auf zu rollen! Da ist er mir ausgeglichen! So ein Arsch! So ein Arsch! Blastium, Erz oder Erz! Das Lebens- und ein höheres Level für Stein! Oh, dann geht's hier hinten doch komplett runter! Trank des Lebens! Nope! Brauch ich nicht! Dann guck ich doch nochmal auf die andere Seite! Ob es eventuell hier denn nun die Truhe gibt! Ich glaub nämlich nicht, dass es zwei Wege gibt, die runterführen! Ja, ist egal! Ja, ist gut! Ach, verdammt! Ach, verdammt! Die ganze Zeit unnötig können wir ja hier aus! Waffe des Echsenmanns! Aha! Wo ist das denn? Du bist aber groß! Kann ich dich verwirren? Ja, das ist sehr gut! Waffe des Echsenmanns! Aha! Wo ist das denn? Du bist aber groß! Kann ich dich verwirren? Ja, das ist sehr gut! Rock du Kröte! Ja! Uff! Uff! Das ist das! Dauern! Truhe kommt zu mir! Was haben wir denn hier? Einmal... Bahamutsträne! Hm... Juri kriegt keine Exe von mir, deswegen... Karol? Yo. Vielleicht Karol halt ne Axt. Äh, ich komm an dem... Doch, ich komm vorbei. Oh, ha, dafür werde ich jetzt von hinten angegriffen. Das ist nicht so gut. Oh, komm komm zum. Kannst du mir danach... Du kommst mal. Juri von dem hat ja einfach dennoch noch die Ability einfach aufzugreifen. Also zu sehen, was die anderen noch... Kann ich hier durch? Nein, okay, das reicht anscheinend noch nicht, was man in den Ring kann. Also kriege ich noch einen stärkeren Ring. Holy shit, warte mal. Ich kann nicht, ich habe wieder 6 Punkte. Was haben wir denn hier? Magie 2, die magischen Angriffen 10%. Nö, ist egal. Das ist auf der Waffe drauf, das ist auf der Waffe drauf. Tests Bonus. Stellt ihr das Waffe auf? Nein, 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 nein. Stärke, Töcke, nein. Spezial. Löst mystischer Arzt im Überlimit Level 3 oder höher aus. Halte B nach Rakan, Arzt, oder höher gedrückt. Okay. Äh, kein Kampfverbund. Ja, der auch interessant. Ändert eine Art, Stunkel, ändert eine Art. Freude. Menge an Galtnacht, ja, eigentlich egal. Ändert Schmetteradler zu Schutzfeld. Nee. Wir machen mal keinen Kampfverbund. Bei ihr haben wir wieder 8 frei. Äh. Und Schaden, wenn sie Abwehr verwenden. Das ist erstmal ganz geil. Und sonst noch was? Wir haben ja gar nicht, ne? Nö. Stärke 3. Wir haben aber geile Punkte, die wir ausgeben können. Oh, im Moment shoot it, können wir was ausgeben. Abwehrarzt, Anti-Element, exklusive Abwehr. Widerstand 2. Was sieht gut aus? Spezial. Tödlicher Übertritt. Erhälterchen Schlagen, schaden den tödlichen Schlagen. Machen die meistens ähnlich. Oh, Luftspann. Oh. Oh. Erhöhnt die TP. Da ist hier mal eine Menge. Eine magische Verteidigung. Objektwerfer, oh Gott, bitte kein Objektwerfer, die schmeißen hier nur noch Sachen durch die Gegend, die sollen nur für sich selber heilen, wenn überhaupt. Geist, das haben wir alles, was kriegt sie denn noch? Luftsprung. Oh, ja, dann kriegt sie das noch. Sieben. Spotten, nö. Schussverein. Objektwerfer, Beschleunigung. Kombo-Kraft, was ist, kann man einfach nicht mehr schaden, aber noch 5 Punkte. Ja, hat sich das erledigt? 12 Punkte haben wir hier gerade. Power-Attacke, tödliche Hyperspannung, erreichte wieder 2, wenn TS-Kette so geht, okay. Zauberabwehr. Ausdauer, Überkonzentration, verhinderte Täubung während des Überlimits. Warte noch, also begriff das alles auf den Waffen, beziehungsweise noch nicht möglich, okay. Dann bekommt er... Das, das... Und Zauberabwehr. Oh, appalla, ich war noch nicht fertig. Raven fehlt mir doch noch. 6 Stärke 2, und damit hat sich das schon erledigt. Scheint, dass ich da nicht durchkomme. Aber, na gut. Die Abzeigung hier war für das, genau. Dann gehen wir jetzt einen anderen Weg runter, wo wir lang müssen. Warte, was ist das Lebens drin? Warte, was ist das Lebens drin? Warte, was ist das? Das ist perfekt. Okay. Ein Lotteriegummi bekommen. Nicht schlecht, Herr Specht. Was ist das, wenn wir die Brücke nicht mehr? Ich hab's mit mir vorgestellt. nach dem tag zu blocken Geht drauf. Danke. Für das nächste Mal ist es noch ein Mischgummi. Neue Fähigkeit der Absorption. Nichts. So. Ja. Ja, ja. Geh mal drauf. Ah, nein. Zu viel. Wehe zu viel Wasser von mir. Jetzt geh halt drauf. Nein, Quatt. Ei, egal. Noch ein Trank des Lebens. Extra Combo 1 und ein höheres Level für Rapide. Drachenprotektor. Mhm. Ja. Da komme ich nicht durch. Hier scheint es weiter zu gehen. Deswegen gucken wir jetzt mal hier runter. Hier ist vielleicht auch noch eine Truhe. Hier ist auf jeden Fall ein großes Vieh. Nein. 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 Das ist wie so groß und ich kann es nicht treffen, während er auf dem Rückweg liegt. Das ist so kompletter. Ja. Geht es hinten weiter oder ist sie hinten? Nur eine Truhe. Scheint, als würde es hier tatsächlich nicht sogar weitergehen. Hoppala. Es war zu spät. Nein. 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 Tschüss. Mist. Lass uns doch noch mal zurücklaufen. Oh, ein Kreti-Arrive. Nur für sie. Schön, schön, schön. So, warte mal. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Ich komme nicht dran vorbei. Na, dann komm her. faço das, aber ich bin ein großer Es auf Schulten. So, wie zum aus Schulten. Na, das wollte ich gar nicht. Alles klar. Das heißt, wir sind, da oben kommen wir nicht hin, das heißt, wir können jetzt hier nochmal lang latschen. Oh, really? Oh, den kennen wir doch irgendwoher. Na, komm. Neufertigkeit. Geht's hier wirklich weiter oder geht's drüben weiter? Das ist komplett. Ah! I don't know. Oh, gerade noch so. Ja, danke Judith. Sehr gut. Und nochmal beidem. Oh, noch 2000 und tschüss. Äh, da ist nur ne Truhe, sehr gut. Auf der anderen Seite ist ebenfalls nur ne Truhe da oben. Da muss auch noch ne Truhe. Todbringer. Das ist doch ne Waffe für Raven. Sieh. Sehr schön. Ich liebe neue Waffen. Ist immer das Beste. Bay目前. Bayes.